Hallo meine lieben Digi-Ritter, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Review zu Digimon Adventure 2020. Heute mit der 27. Folge der Serie. Diese Folge ist natürlich wie immer heute rausgekommen. Und dementsprechend gibt es dann von mir eine Review dann dazu. Und wie immer gilt natürlich die Spoiler-Warnung. Also wer nicht gespoilert werden möchte, weil er die Folge noch nicht gesehen hat, für den ist diese Review dann dementsprechend nichts, weil ich wie gesagt, wie jedes Mal auch bisher, einmal die Folge komplett durchgehen werde und dann immer dazu was sagen werde, wenn ich irgendwas Erwähnenswertes noch habe. beziehungsweise was mir aufgefallen ist, beziehungsweise was man da sich denken könnte oder wie auch immer. Und am Ende gucken wir uns dann noch die Preview für die nächste Folge an. Und wer die dann nicht sehen möchte, weil er für die nächste Folge noch nicht gespoilert werden möchte, der schaltet dann, sobald wir beim Outro angekommen sind, ab. Obwohl diesmal nicht, aber das sehen wir dann schon, wenn wir dazu kommen. Beziehungsweise gut, die, die die Review sehen, die werden ja die Folge sowieso gesehen haben. Von daher, wenn wir dann beim Outro ankommen, gibt es zum Outro natürlich noch was zu sagen. Aber das sehen wir dann, sobald es dazu dann kommt. So, wie immer fängt die Folge mit dem Intro an. Skippen wir einmal durch. Dann haben wir den Rückblick auf die letzte Folge, wo die ja im Meer gelandet sind und dann von Sidramon, beziehungsweise Mega Sidramon und Varus Sidramon angegriffen wurden und dann die Digirita aus der realen Welt wieder dazu gestoßen sind und Kari auch mit dabei war. Und an dem Punkt fängt dann die aktuelle Folge an. Eldoradimon ist immer noch weiterhin im Meer unterwegs, steuert jetzt wahrscheinlich auf diese Insel zu, die wir beim letzten Mal am Ende gesehen haben. Und ja, da beginnt dann auch die Folge dann, beziehungsweise Insel, Kontinent, wie auch immer. Sie vermuten, es ist der Kontinent, aber das wurde ja oben auch vermutet und dann war es auch nur eine fliegende Insel, quasi ein fliegender Kontinent. Mal sehen, das hier sieht zumindest eventuell ein bisschen größer aus, aber mal gucken, was uns da dann in Zukunft dann erwartet. Auf jeden Fall fängt die Folge jetzt hier dann damit an, dass sie hier sich... Das müsste Eldoradimons Nacken sein, wenn ich mich nicht täusche. Die ganze Truppe ist hier versammelt, auch Leomon und die ganzen Pegmons, Spadamon. Falkomon sehe ich jetzt hier nicht, aber gut, der wird dann wahrscheinlich irgendwo hier noch hinterstehen. Gehe ich mal davon aus, sieht man jetzt nur nicht. So, auf jeden Fall fragt Tai jetzt Kari, warum sie denn hier ist. Sie weiß es nicht, sie wurde gerufen. Er fragt, warum, ähm, nicht, ähm, von wem sie gerufen wurde, sorry. Ähm, und sie weiß es nicht. Aber, da es bei Dicay ja auch der Fall war, dass er von seinem heiligen Digimon-Partner gerufen wurde, also von Patamon aka Angemon, kann man bei Ikari natürlich davon ausgehen, dass es sich dabei um Gartomon bzw. Angewomon handelt. Das ist aber jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Sie hat auch noch kein Digi-Weiß. Gut, das bekommt man dann natürlich meistens erst dann, wenn man auf den Partner-Dig... äh, auf das Partner-Digimon trifft. Wann das der Fall sein wird, ähm, das bleibt noch abzuwarten. Da bin ich auf jeden Fall gespannter drauf, wenn es dann soweit ist, wie sie es umsetzen werden, weil aktuell wissen wir von Gartomon in dieser Serie zumindest noch gar nichts. Das heilige Digimon, was sie bisher suchen mussten, war ja Angemon. Und, ähm, von Gartomon weiß man aktuell noch gar nichts. Wird auch in dieser Folge nicht auftauchen und es... Das kann ich schon mal... Nee, nee, das nehme ich nicht vorweg. Aber in dieser Folge taucht es ja nicht auf und wird auch nicht erwähnt, nicht gezeigt, wie auch immer. Deswegen, ähm, da sind die alle immer noch im Dunkeln, was das betrifft. Ja, aber Kari nimmt es auf jeden Fall gelassen und lächelt einfach nur. So, dann sehen wir im Hintergrund immer mehr diese dunklen Blitze dann aufkommen bei der Insel. Und sie steuern immer weiter darauf zu. Dann leuchten auf einmal die Digivices von Tai, TK und Matt auf. Und sie wundern sich erst mal, ähm, was das ist. Aber dann wird hier erklärt, dass, ähm, Izzy, deren Digivices geupdatet hat. Sora sagt dann, dass er das bei denen auch schon gemacht hat. Und dann werden einmal die Features vorgestellt, nochmal, die er jetzt dann hinzugefügt hat. Einmal natürlich die Kommunikation mit den Digimon, also mit den Digimon-Partnern. Und dann noch ein, ähm, ich weiß jetzt nicht, was das genau war. Ich meine, das war ein Scan-Feature. Das, äh, demonstriert er, indem er Argomon einmal scannt. Das haben wir auch in der letzten Preview schon gesehen. Er hält das Digiweiß an Argomon ran. Argomon, ähm, ja, leuchtet einmal auf, kann man so sagen. Hier in diesem dunklen, ähm, Licht. Oh, äh, in diesem blauen Licht. Sorry, nicht dunklen, blauen, wollte ich sagen. Und dann sieht man hier einmal Argomons Daten einmal auftauchen. Er hat das irgendwie wohl, äh, diese Datenbank aus der, ähm, aus dieser Festung geholt, wo die am Anfang waren. Als sie damals an Land gegangen sind und dann die Festung von Gorillamon eingenommen haben. Da hat er ja Izzy auf die Datenbank zugegriffen. Und da hat er jetzt basierend auf dem dieses Feature dann anscheinend implementiert. Ist auf jeden Fall eine ganz nice Spielerei. Mal sehen, ob die in Zukunft noch irgendwie relevant sein wird. In der aktuellen Folge war das noch nicht relevant, dass dieses Feature mit dabei ist. Mal sehen, ob es in der Zukunft dann noch eine Rolle spielen wird. Genau, dann, ähm, bringt er die auf den neuesten Stand auch noch, was, ähm, die Situation in der realen Welt betrifft. Dass, äh, die Zurumon, die ja abgehauen waren in der letzten Folge, dass die jetzt wieder aufgetaucht sind und in der realen Welt, ähm, an verschiedenen Orten, auf der ganzen Welt jetzt für Probleme sorgen im Netzwerk. Einerseits sorgen die dafür, dass in bestimmten Gebieten, beziehungsweise, oder auch in bestimmten Städten, ähm, es zu, ähm, Stromausfällen kommt oder Störungen. Und dann hier sieht man, das müsste entweder ein Bahnhof oder ein, ähm, Flughafen sein, wo dann diese, ähm, Anzeigetafeln immer sind. Könnte auch sein, dass es ein Bahnhof ist. Gut, weil kann ich jetzt von dem her nichts sagen. Aber hier sieht man auch die Bilder von den Zurumon dann auftauchen. Und dass die dann natürlich, ähm, also die Vermutung wird dann auch noch aufgestellt, dass diese Blitze von der Insel etwas mit den Störungen in der realen Welt dann zu tun haben. Vor allem, ähm, gut, aber da kommen wir dann gleich noch dazu, ähm, weil je mehr die Zurumon dort für Chaos sorgen in der realen Welt, ähm, desto stärker wird zum Beispiel hier in dem Fall der Sturm. Also die Auswirkungen auf die Digi-Welt sind, ähm, identisch, nein, nicht identisch, aber die korrelieren zumindest mit dem, was in der realen Welt passiert. Was auch wieder dazu führt, dass die Digi-Ritter wieder, ähm, ein Ziel quasi vor Augen haben, beziehungsweise, ähm, wieder vor Augen geführt bekommen, was denn auf dem Spiel steht. Dass sie nicht nur, ähm, sich selber, ähm, hier beschützen müssen, sondern auch die reale Welt. Gut, wussten sie natürlich vorher schon, aber mit den, was ich sagen möchte, das wird den konstanten, eigentlich immer wieder nacheinander, ähm, vor Augen geführt, beziehungsweise in die Erinnerung zurückgeführt. Na, dann spricht, äh, Argumon auf jeden Fall Kari an, stellt sich vor, er ist Argumon und freut sich, Kari kennenzulernen. Kari fasst dann Argumon einfach an und beginnt es zu streicheln, als, als wäre es was ganz Normales. Die schlagen einmal ein und beiden sind quasi Freunde geworden dadurch. Tai fragt sie dann natürlich, ähm, ob sie denn keine Angst hat vor Argumon, beziehungsweise vor Digimon. Oder beziehungsweise warum, ähm, geht sie so gelassen damit um, dass sie Argumon, beziehungsweise überhaupt Digimon jetzt zum ersten Mal trifft. Und, ähm, das weiß Kari leider auch nicht zu beantworten. Dann schaut sie Patamon an, im nächsten Moment. Dann stellt sich TK vor, stellt Patamon vor. Und die beiden, ähm, ja, lernen sich jetzt quasi zum ersten Mal kennen. Dann spricht Sora Matt an, wegen, ähm, TK, dass Matt's kleiner Bruder ist. Dann erklärt Matt die Situation, ähm, dass TK sein kleiner Bruder ist. Und Patamon, ähm, das heilige Digimon ist, was, ähm, jetzt TKs Partner geworden ist. Piomon fragt das dann nochmal bei Patamon nach. Also, ob Patamon denn jetzt das heilige Digimon ist, was sie die ganze Zeit gesucht haben. Und Patamon bejaht das dann einfach. Ja, und dann stellen, äh, stellt den Tumon fest, ja, aber der ist ja nicht viel größer als wir, so. Beziehungsweise ist ja quasi dasselbe wie wir. Oder war es Biomon? Ich weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr, also im Detail, wer von beiden das war, aber das spielt auch keine Rolle. So, dann möchte sich Joey natürlich vorstellen. Versucht sich natürlich wieder als den, ähm, Anführer der Truppe darzustellen. Da finde ich Biomons, ähm, Blick einfach in dem Fall nur göttlich. So, so dieses, ach, ich weiß nicht, wie man diesen Gesichtsausdruck nennen kann, oder wie man den nennt, aber so dieser, boah, nicht schon wieder Blick. Aber, gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Guck mal, man packt dann, äh, Joey und versucht den wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Ähm, Tai fragt sie dann, äh, wegen dem Digi-Weiß, ob sie so eins hat oder schon mal gesehen hat. Sie schüttelt nur den Kopf. Aber gut, war bei D.K. ja auch der Fall. Er hat sein Digi-Weiß ja auch erst dann bekommen, als er quasi auf Angemungen getroffen ist. Kari hat dementsprechend noch keins. Ja, dann, äh, empfängt Izzy im nächsten Schritt dann, ähm, haufenweise Nachrichten aus der realen Welt, dass dort jetzt wieder was vor sich geht. Dass sie zu Ruhm und für Chaos sorgen. Und diesmal, ähm, geht's um die NASA. Dass da jetzt eine Rakete beim Start Probleme bekommt und anfängt zu überhitzen. Beziehungsweise, ähm, dass sich dort dann, ähm, ich weiß jetzt nicht, was es genau war, Druck oder irgendwas aufbaut. Und, ähm, ja, dadurch es dort zu Problemen kommt. Die wissen hier nicht, was sie tun sollen. Beziehungsweise, was da vor sich geht. Genau, dann sehen wir hier einmal, wie die Zuru-Mon hier auf solchen Würfeln sitzen im Netzwerk. Und da umherfliegen. Und dann... ...explodiert die Rakete. Bei den Zuru-Mon leuchten aber da, glaube ich, nochmal die Augen nochmal explizit dann auf. Meine ich im letzten Moment hier. Genau, die machen ihre Augen auf. Und im nächsten Moment explodiert die Rakete. So. Und das empfangen die natürlich dann. Und in dem Moment, wo die Rakete explodiert, beginnt der Sturm mit den dunklen Blitzen, ähm, intensiver zu werden. Beziehungsweise heftiger zu werden. Und ist jetzt nicht nur mehr auf dem Kontinent, wo er vorher drüber geschwebt hat. Oder beziehungsweise vorher, ähm, drüber war. Und jetzt, ähm, wirkt sich das dann auch auf die See aus. Und auch auf Eldoradimon. Und die Blitze fangen an. Dann, ähm, einzuschlagen. Beziehungsweise hier auch, wenn, ähm, Wirbelstürme erzeugt. Eldoradimon beginnt dadurch zu kippen. Und, ähm, Kari wäre fast runtergefallen. Easy analysiert die Lage natürlich weiterhin, obwohl er eigentlich runterrutscht. Tentumon hält ihn zum Glück auf. Und, ja, stellt dann, wie gesagt, die These auf, dass das hier mit dem, was in der realen Welt, mit dem Chaos in der realen Welt, äh, dann zusammenhängt. Ähnlich wie bei Nithokmon und Devimon, dass die ja auch Energie, beziehungsweise, ähm, Sachen in der realen Welt, also Energie bezogen haben aus der realen Welt, indem sie dort für Chaos gesorgt haben. Und, dass es hier mit diesem Sturm quasi derselbe, dasselbe ist. Und es jetzt nicht damit aufgehört hat, dass, dass Devimon besiegt wurde. Das heißt, irgendwas anderes muss jetzt noch dahinter stecken. Etwas, was noch viel mächtiger vielleicht ist als Devimon selbst. Aber was es genau ist, das wissen die noch nicht. Auf jeden Fall wird das alles hier noch schlimmer. Ähm, Mimi krallt sich an Palmon, weil sie Angst bekommen. Joey wird einfach nur übel von dem ganzen Gewackele von Eldoradimon. Ähm, ah ja, was ich vorhin vergessen hatte zu erwähnen. Die haben auch noch erklärt, wie sie auch in die Digi-Welt zurückgekommen sind. Also, dass das dann plötzlich alles hell geleuchtet hat. Und plötzlich waren sie in der Digi-Welt. Kleines Detail, wie gesagt, haben wir in der letzten Folge ja schon gesehen. Aber noch erwähnenswert, dass sie das dann auch erklärt haben. Also, diesmal haben wir im Vergleich zu vorherigen Folgen sehr viel Erklärungen und Interaktionen zwischen den Charakteren. Wo sie sich gegenseitig die Sachen versuchen zu erklären, beziehungsweise auch sagen, ähm, wie die Situation, beziehungsweise die Lage ist. Auch untereinander sich vorstellen. In dem Fall die Charaktere, die sie noch nicht kennen. Finde ich auf jeden Fall gut, dass wir wieder so einen Moment gehabt haben. Und dann, äh, sind die Blitze kurz davor, dann in die Digi-Ritter einzuschlagen. Doch dann kommen, äh, die Widerstandskämpfer. Einmal Falcomon, Spadamon und Leomon, die dann diese Blitze mit ihren bloßen Händen aufhalten. Und Leomon dann, äh, zu denen dann im nächsten Schritt sagt, dass die Kinder sich auf den Kontinent begeben sollen. Und, ähm, weiter voranschreiten sollen. Er sagt dann auch noch, dass, ähm, Eldoradimon von dem ganzen Miasma, was, welchen mir ausgesetzt war, oben bei Devimon in diesem Sumpf, ähm, dass, ähm, das, das immer noch verwundet davon ist. Und er sagt nicht, was sie machen müssen. Aber ich vermute mal, dass sie Eldoradimon noch weiterhin beschützen wollen. Und deswegen schickt er die Kinder jetzt auf den Kontinent, um, ja, voranzuschreiten. Den Kindern bleibt jetzt quasi in der Situation nichts anderes übrig, als voranzugehen, immer nach vorne zu schauen. Und, äh, Leomon und die anderen Widerstandskämpfer wollen sich jetzt um Eldoradimon kümmern. Und die Digiritter beschließen dann, genau das zu tun. Immer voranzuschreiten, weil zurück geht's ja nicht. Ja, und dann digitieren, äh, Biomon zu Bördramon. Auf ihr fliegen dann Sora und Mimi und Palmon dann an Land. Dann digitiert, ähm, Tentomon zu Capoterimon. Dort fliegen dann, ähm, Tai, Izzy, Argomon und Kari dann an Land. Und dann digitiert, ähm, Gomamon zu Ikakumon. Auf ihm gehen dann an Land Joey, TK, Matt und Gabomon. Und unterdessen halten, ähm, Spadamon, Leomon und Falcomon immer weiter die Blitze auf, die sonst den Eldoradimon einschlagen würden. Bis es dann, äh, zu einem, ähm, Moment kommt, wo so, wo so viele Blitze da sind und dann hier alles dann in einen Wirbelsturm eingehüllt wird. Ich lasse es mal kurz durchlaufen. Und dann ist da ein riesiger Mahlstrom, da wo Eldoradimon vorher war. Keine Spur von Eldoradimon, beziehungsweise auch von den Widerstandskämpfern. Die sind in dem Fall jetzt entweder runtergezogen worden oder woanders transportiert worden. Auf jeden Fall, ähm, wissen die Digi-Ritter jetzt nicht, was da passiert ist und gehen voran, weiter an Land. Jetzt kommen sie dann an der Küste an vom Kontinent und hier sehen wir so stachelförmige Formationen aus Kristallen, die sich hier überall befinden. Und diese Kristalle erinnern ihn eventuell an ein bestimmtes Digimon. Auf jeden Fall, ähm, fällt Matt dann auf, dass sich irgendwas an Land bewegt. Tai, dann kontaktiert er Tai. Tai sagt auch, er hat einen Schatten gesehen. Und dann, ähm, plötzlich, ähm, fliegen dann Sachen aus diesen Kristallen, beziehungsweise aus dem Gebiet um die Kristalle herum, auf sie zu. Und die müssen ausweichen. Dann sagt, ähm, Tai zu Izzi, dass er auf Kari aufpassen soll und, äh, springt dann mit Argumon herunter. Argumon digitiert zu Greymon und sie landen auf dem Strand. Und dann sehen wir, dass viele Tortomon auf die zu kommen. Ich glaube, Tortomon kam, ist zum ersten Mal aufgetaucht in Digimon Adventure 02. Damals in der Folge, entweder war es 22 oder 23, genau weiß ich es nicht mehr. Oder, oder war es sogar 21, nicht. Warte mal, 21 war doch die Folge, äh, wo Magnamon Chimera-Mon besiegt hat. Oder war das die 20-Sinne? Auf jeden Fall war das in einer der Folgen danach, wo, äh, dann Ex-Wemon, beziehungsweise Weemon zu Ex-Wemon digitiert ist und dann gegen Tortomon gekämpft hat. Weil Tortomon wütend geworden war, dass, ähm, sie ihn beobachtet haben, während er gepinkelt hat. Na gut, hier sehen wir auf jeden Fall sehr, sehr viele Tortomon, die auf Tai und Greymon zukommen. Und Greymon sagt dann, dass, ähm, die, sie essen wollen. Genauso wie die Sea-Dramon, beziehungsweise Mega-Sea-Dramon beim letzten Mal. Und die Tortomon fangt dann natürlich weiterhin an zu attackieren. Greymon feuert dann sein Mega-Feuer einmal ab, oder beziehungsweise mehrmals ab, um die zurückzuhalten. Aber die anderen werden auch immer noch weiter von den Stacheln von Tortomon, die er abfeuern kann, attackiert. Und müssen jetzt, und dann langsam landen. Aber sie können noch nicht landen, solange die mal weiter befeuert werden. Deswegen kümmert sich da Tai da drum. Und dann kommen auch Ikakumon endlich an Land. Und die helfen dann jetzt auch mit, die Sachen abzuhalten. Die Geschosse. Und dann digitiert Gabumon zu Garurumon. Tikei und Padamon steigen von Ikakumon ab. Dadurch, dass sie sich auch drum kümmern, dass die Angriffe von den Tortomon abgewährt werden, kommen auch dann endlich Bördramon und Capoterimon mit dem Rest der Leute, äh, der Digiritär dazu. Und landen dann auch. Mimmi ist wieder frohen Mutes, als wäre nichts gewesen gerade eben. Was Soran natürlich dann so ein bisschen verwundert, so, dass Mimmi bis gerade eben noch Heidenangst hatte. Ja, aber dann kommen noch weitere Tortomon dazu. Dann digitiert, ähm, Palmon zu Togemon. Togemon feuert das Nadelfeuer auf die ab. Und, ähm, dann stoßen die, äh, Tortomon einen, ein lautes Geräusch aus und fangen an wegzulaufen. Und plötzlich tut sich der Boden unter ihnen auf. Und dann erscheint ein riesiges Digimon, was mehrere Tortomon mit seinen riesigen, ähm, Krallen oder beziehungsweise Händen hier festhält. Und hier sieht man's schon. Bei diesem Digimon handelt es sich um Graundramon. Also das Ultra-Level von, ähm, Dracomon in der grünen Variante, beziehungsweise von Dracomon grün dann. Und, ja, das ist das erste Mal, dass wir dieses Digimon im Anime mal zu Gesicht bekommen. Weswegen, ich war da ultra gehypt da drauf, weil das wurde in der Preview, selbst in der 30-Sekunden-Preview beim letzten Mal nicht gezeigt, dass Graundramon mit dabei sein wird. Da dachte man, oder beziehungsweise da dachte ich, dass, äh, Tortomon, ähm, ja, erstmal die Gegner sein werden, die die bekämpfen müssen. Und, dass dann später dann Dark-Night-Mon dazukommt. Und dann dementsprechend dann Patamon diese Flügel bekommt, die man in der Preview gesehen hat. Aber, ja, Graundramon war echt eine Überraschung und auch eine sehr willkommene Überraschung, weil dadurch bringen sie halt Digimon, die es vorher im Anime-Form noch nicht gab, auch in den Anime rein. Und das fand ich echt erfrischend, beziehungsweise nicht erfrischend, gab's ja in der Serie schon oft. Aber, ja, nicht erfrischend, aber schön fand ich das. Ja, auf jeden Fall sehen wir dann hier diese beiden großen Hände, die Digiritter wundern sich wirklich darüber, so, was sind das für riesige Hände. Dann, ähm, lichtet sich der Staub dann und wir sehen hier Graundramon, wie es einfach nur riesig ist im Vergleich zu den Tortomon. Und er fängt an, die Tortomon zu fressen. Und beißt sie aus dem Leben. Und da merkt man schon, das ist deutlich brutaler, als es früher in Digimon-Animes so zu sich ging. Zumindest hier aktiv, ähm, zu zeigen, wie ein Digimon ein anderes Digimon oder andere Digimon in dem Fall frisst. So was hatten wir bisher noch nicht. Bisher in den früheren, ähm, Staffeln hatten wir das ja immer eigentlich, entweder wurden Gegner besiegt und sind daran dann gestorben. Oder, ähm, sie wurden absorbiert, damit ein Digimon stärker wird. Aber, dass jemand hier so aktiv gezeigt wird, dass er gefressen wird, das hatten wir bisher noch nicht. Finde ich aber echt gut, dass wir mit solchen frischen Ideen an die Sache rangehen. Ja, und er frisst dann munter weiter seine Tortomon auf. Und dann beginnt, äh, sein Rücken da zu leuchten, wo er die Energie dann, ähm, speichert, beziehungsweise durch seinen Körper leitet. Und Izzy sagt dann, dass es dabei sich um Grauen Dramon handelt, um ein Ultra-Level und analysiert das dann, dass es hier, um diese, dass er die Tortomon frisst, um die Energie aufzusaugen. Und dann erinnert sich Tai an das letzte Mal, also an die letzte Folge dann, mit den C-Dramon, die dann auch ein anderes Digimon gefressen haben, um zu digitieren. Und in dem Moment dachte ich wirklich, so, wenn die das jetzt erwähnen, so, frisst die, um zu digitieren, dass eventuell jetzt, ähm, Grauen Dramon zu Break Dramon weiter digitiert. Also das, das habe ich wirklich in dem Moment gedacht. So, Moment, wollen die, die werden doch jetzt nicht Grauen Dramon auf das Mega-Level digitieren lassen. Haben sie nicht gemacht, hätte ich aber interessant gefunden, wie die Digiritter damit umgegangen wären. Aber ja, Grauen Dramon hat jetzt, äh, sein Mal beendet und, ähm, jetzt müssen die Digiritter sehen, wie sie mit der Situation umgehen. Weil der jetzt natürlich dann, weil keine Tortomon mehr da sind, auf sie als nächstes losgehen wird. Und, ähm, Grauen Dramon beginnt jetzt, auf die zuzulaufen. Aber die Digiritter, ähm, versuchen dem jetzt zuvor zu kommen und fangen an, auf ihn loszugehen. Und das machen sie, indem sie weiter digitieren. Greymon, ähm, digitiert zu Metal-Greymon, Garurumon zu Veregarurumon, beziehungsweise, ähm, warte mal, nee, das stimmt, das habe ich jetzt vorher verpasst. Grauen Dramon, ähm, geht auf sie los, schnappt sich Togemon und Ikakumon und will die dann als nächstes dann, ähm, als erstes fressen. Angefangen mit Ikakumon, das habe ich vergessen zu erwähnen. Die anderen digitieren jetzt, um das aufzuhalten. Genau, auch, ähm, Bördramon und Caputerimon, die werden dann auch zu Garuramon und Mega-Caputerimon. Und, ja, die stürmen wir jetzt auf jeden Fall auf die zu, um das aufzuhalten. Ähm, Metal-Greymon feuert dann seine Mega-Kralle ab, um den Arm aufzuhalten von Grauen Drammon, damit er nicht Ikakumon verspeisen kann. Mega-Caputerimon benutzt sein, ähm, äh, wie hieß denn die Attacke nochmal? Sein Hornbuster und, ähm, Garudamon benutzt den, äh, Shadow-Wing, um auf die Arme zu zielen. Und Verigarurumon benutzt auch noch sein, äh, Kaiser-Nail, um auf Grauen Drammon dann auch einzuschlagen. Und dann, ähm, durch diese Angriffe werden dann Ikakumon und Togemon befreit. Die digitieren dann jetzt auch noch aufs Ultra-Level zu Zudomon und Lillimon. Und fangen jetzt dann auch an, gegen Grauen Drammon zu kämpfen. Verigarurumon wechselt dann sogar in seinen, äh, anderen Modus, weil die Angriffe anscheinend nichts bringen. Und feuert dann auch auf Grauen Drammon, äh, ab. Und Ikakumons Hammer-Boomerang, äh, trifft dann auch auf Grauen Drammon, der hier dann zumindest leicht, äh, Schmerzen hat, so wie es aussieht. Aber der lädt sich dann mit der Energie, die er in seinem Körper gespeichert hat, auf und feuert dann einen Strahl aus dunkler Energie ab. Die Kay macht sich dann, äh, Sorgen um die anderen und Matt sagt dann, ja, keine Sorge, es ist noch nicht vorbei. Tai fragt dann Grauenmon, ob, äh, ob mit ihm alles in Ordnung ist. Grauenmon sagt dann einfach ja. Und, ähm, der Kampf geht dann weiter. Aber die Digi-Ritter scheinen nicht viel auswirken zu können gegen Grauen Drammon. Doch dann kommt, äh, Tai eine Idee. Und, ähm, Metall-Greymon wechselt in seinen Alteros-Mode mit dem anderen Arm auf der rechten Seite. Sie fliegen dann auf Grauen Drammon zu. Greymon lädt seine, äh, Kanone auf. Und dann, wenn sie, also, dann, ähm, rammen sie das in Grauen Drammons Mund. Alle anderen, ähm, laden ihre Angriffe unterdessen auf das Maximum auf. Und dann kommt der Moment, den ich wirklich interessant fand, dass, äh, Metall-Greymon das machen kann. Und zwar benutzt er den Arm, also den Alteros-Mode-Arm, also diese Klingen davon, um den, ähm, Mund von Grauen Drammon komplett aufzudrücken. Im Anschluss feuert er dann seinen, ähm, Angriff aus seinem rechten Arm dann in Grauen Drammon rein. Grauen Drammon benutzt dann die Energie, um sich aufzuladen. Und Tai ruft dann einfach nur, ähm, dass die anderen jetzt auch angreifen sollen. Und alle feuern dann nach und nach ihre Angriffe ab. Und alles in Grauen Drammons Mund rein. Und sie verwenden da ganz einfach die Taktik, dass sie, äh, das Ausnutzen, dass Grauen Drammon die Energie absorbiert, um ihn quasi zu überlasten. Also mehr Energie in ihn, oder, beziehungsweise Angriffe, Energie, wie auch immer. Diese Angriffe sind ja eigentlich nur Energie, ähm, in ihn reinzupumpen, als Grauen Drammon handeln kann. Also mehr als sein Körper in dem Fall aufnehmen und speichern kann. Und das bemerkt dann Grauen Drammon auch sehr, sehr schnell, dass sein Körper anfängt zu überlasten und, ähm, bekommt hier einfach nur Panik in seinem Blick. Was dann darin endet, dass, äh, sein Körper anfängt, sich aufzublähen mit der überschüssigen Energie, die er nicht handeln kann. Und dann explodiert er und ist damit dann besiegt worden. Im Anschluss dedigitieren alle Digimon der Digi-Ritter wieder auf ihr Rookie-Level und die Digi-Ritter freuen sich, dass sie den Sieg erringen konnten. Doch dann, ähm, warte mal, was war das als nächstes? Lass uns noch einmal kurz abspielen, damit ich da dann den besseren Überblick habe. Genau, dann, äh, erscheint ein, ähm, ähnlicher dunkler Strahl aus dem Himmel und Dark Knightmon taucht aus diesem Strahl dann auf und beginnt auf die Digi-Ritter zuzulaufen. TK, ähm, Tai und, ähm, Matt plus dann der Digimon, die erinnern sich natürlich an Dark Knightmon. Dark Knightmon, ähm, betrachtet dann oder beziehungsweise richtet seinen Blick auf Kari und, ja, sie scheint jetzt sein neues Ziel zu sein. Warum auch immer, wird nicht erklärt. Dark Knightmon redet in der Folge auch nicht. Ähm, großartig dann, ähm, benutzt er seinen Umhang, um eine Schockwelle zu erzeugen, die die Digi-Ritter erstmal ein bisschen zurückwirft. Ähm, Teilung, äh, Agumon und Gabumon, ähm, ja, beraten sich quasi, sagen, dass sie noch kämpfen können. Dark Knightmon kommt den, äh, Digi-Ritter jetzt immer näher, holt seinen, äh, Speer raus und dann treten ihm aber TK und Patamon entgegen und sagen dann auch, dass sie jetzt dann mit den anderen mitkämpfen werden. Dann leuchtet TKs Digi-Weiß auf und Patamon bekommt jetzt auch diese Digitationssphäre und das heißt, er beginnt zu digitieren. Und das macht er, indem er erstmal, wie in der letzten Preview gezeigt, die Flügel rausholt von Angemon und dann, ähm, dieser Ring erzeugt wird, dieser, ähm, leuchtende Ring und dann sieht man überall die Federn rumfliegen und aus diesem Ring erscheint dann Angemon. Und das sieht einfach nur episch aus, wie sie ihn darstellen. Also echt Hut ab dafür. Das haben sie echt gut gemacht. Und alle betrachten Angemon einfach nur mit Erstaunen. Und dieser Shot sieht einfach so gut aus, dass ich den unbedingt in mein, ähm, Thumbnail reinpacken wollte, wo Angemon da fliegt, am Leuchten ist, beziehungsweise schwebt über Dark Knightmon. Dark Knightmon als Widersacher dann davor steht und, ach, das sieht einfach so gut aus. Und damit endet dann die Folge. Also, oh mein Gott. Diesmal haben wir wirklich sehr viel dabei gehabt. Grauen Dramon, ein Digimon, was es bisher vorhin im Anime-Form noch nicht gab. Dann, ähm, haben wir, ähm, die erste Digitation von Padamon zu Angemon gehabt. Dark Knightmon ist zurück. Das heißt, sein Werk, beziehungsweise was auch immer er vorhat, ist noch nicht vollendet. Diesmal scheint er Kari ins Visier zu nehmen. Warum auch immer. Wird ja nicht, wurde nicht geklärt. Da bin ich gespannt darauf, was dann beim nächsten Mal dann passieren wird. Und, ja. Mir hat die Folge sehr, sehr gut soweit gefallen. Und wie man hier jetzt sieht, jetzt sind wir beim Outro angekommen, es gibt ein neues Outro. Und dieses neue Outro, ähm, also die haben es irgendwie immer jetzt so gemacht, gefühlt, als Decay mit dazu kam, ähm, wurde das, ähm, Outro dann geändert zu Decays Outro. Jetzt haben wir ein neues, äh, Outro dazu bekommen, jetzt wo Kari mit dazu gekommen ist. Ja. Wer, wer, wer da kein Pattern sieht, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das neue Outro gefällt mir sehr, sehr gut vom Ästhetischen her, beziehungsweise vom Animationsstil her. Alle Digiritter werden in verschiedenen Situationen in der realen Welt gezeigt. Tai und Agumon beim Baseball spielen. Hier sieht man, äh, Sora und Biomon auf einem Spielplan. Dann sieht man hier Gabumon und Matt, wie sie einfach im Gras liegen. Hä, Gomamon und Joey in der Schulbibliothek. Izzy und Tentomon auch hier draußen beim Spaß haben. Und, dann haben wir hier eine Animation, beziehungsweise zweimal die Animation von Mimi und Palmon, wie sie am Tanzen sind. die, die mir echt gut gefällt, fand ich echt ziemlich süß. Hier sieht man dann TK und Patamon beim Angeln. Patamon erschrickt sich dabei. Und, dann kommt jetzt das Wichtigste. Und zwar sehen wir hier Cari mit Gatomon. Das heißt, solange dieses Outro bestehen bleibt, werden wir in den Folgen, wo das Outro dabei ist, zumindest irgendwann Gatomon bekommen. Also, irgendwann, irgendwann in den kommenden Folgen, hoffentlich, oder in einer der Folgen in naher Zukunft, wird dann, denke ich mal, Gatomon dazu kommen. Und Gatomon ist hier noch so halb hinter diesem Stift hier, versteckt, so ein bisschen mysteriös. Ziemlich nice auf jeden Fall. Gefällt mir. Und, wie gesagt, das erste Mal, dass wir jetzt Gatomon im Anime dann gesehen haben, im Outro dann zumindest. Und das Outro endet dann damit, dass Mimi und Palmon ihren Tanz beenden. Sehr schön gemacht auf jeden Fall. Das neue Outro gefällt mir sehr, sehr gut. So, dann kommt jetzt noch die Digimon-Analyse und die Preview auf die nächste Folge. Das heißt, wer das nicht sehen möchte, der schaltet dann jetzt am besten dann ab. Wenn euch die Review aber trotzdem gefallen hat, schon mal, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniere nicht weg, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Und dann gehen wir jetzt ins Outro über. Da nehme ich dann ins Outro und die Preview für die nächste Folge. Da nehme ich die von YouTube, weil die einfach ein bisschen länger ist. Da wird mehr gezeigt. Und diesmal ist es ganz besonders der Fall, dass da mehr gezeigt wird. Und ich würde sagen, schauen wir uns die einfach mal an. Beginnen tut es damit, dass hier irgendeine Schockwelle ist, wo Biomon und Sora Joey und Gomamon irgendwie herumgeschleudert werden. Dann sehen wir hier einen Shot von Matt und Garurumon auf irgendeiner Steinebene, wie ihnen dann Monochromon gegenüberstehen. Auch das erste Mal, dass wir jetzt Monochromon hier in diesem Anime zumindest sehen. Original kam der damals ja in, war das in der dritten Folge von Digimon Adventure damals zum ersten Mal. Dann sehen wir hier Tai, Kari und Argumon auf einem Baum sitzen. Dann sehen wir hier einen dunklen Blitz in Skull Knightmon einschlagen, der irgendwie hier dann wieder seine Augen öffnet. Das heißt, eventuell wurde er vielleicht besiegt, wurde von einem dunklen Blitz getroffen dann und ist dann wieder aufgewacht. Dann sehen wir hier Kari, wie Dark Knightmon nach ihr schnappt. Dann sehen wir Angemon gegen Dark Knightmon kämpfen. Dann sehen wir Joey einmal und hier sehen wir Metalgreymon gegen Volkdramon kämpfen. Ein Digimon, was glaube ich zum ersten Mal in Digimon Cross Wars aufgetaucht ist, in irgendeiner Cross Wars Hunter Folge. Ich weiß nicht mehr genau welche Nummer oder welche Folgennummer das war. Aber Alter, die nächste Folge wird echt vollgepackt sein. Dann sehen wir hier auch noch Dekadramon, der ja auch damals in Digimon Cross Wars zum ersten Mal aufgetaucht ist und war damals eines der Digimon, die Kiriha begleitet haben, der dann hier Raketen hat. Vorher dann sehen wir hier Nanimon mit seiner Brille, beziehungsweise mit seiner Sonnenbrille und dann sehen wir hier wieder den Kristall von Moon Millennium und diesmal sehen wir hier auch nochmal sich etwas drinnen bewegen, was dann natürlich Moon Millennium dann ist und oh mein Gott, also die nächste Folge wird echt vollgepackt sein mit verschiedensten Sachen und da bin ich echt wirklich gehypt da drauf. Auch dass wir jetzt hier wirklich mal Moon Millennium noch mal sich auch mal bewegen sehen in dem Kristall. Das heißt, der wird nochmal eine größere Rolle in der Zukunft spielen und da bin ich echt gespannt darauf, was sie daraus machen. Deswegen, also die nächste Folge wird echt vollgepackt sein mit Action, gehe ich davon aus und da bin ich echt schon wie gesagt hyped da drauf. So, aber das war es dann jetzt von der Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, die Folge, ja, stimmt, das habe ich vergessen zu erwähnen, die heutige Folge hat mir sehr, sehr gut gefallen und auf die nächste bin ich aber noch mehr hyped, gerade wenn ich die Preview gesehen habe. Aber gut, das war es dann jetzt von der Review. Ich hoffe, es hat euch insgesamt gefallen. Wenn ja, sagt das immer gerne durch einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht, vergessen wir jetzt wenn ihr zum ersten Mal dabei seid und dann würde ich sagen, sie machen es beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein, ciao, ciao.